Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, beziehungsweise zu einem weiteren Erfahrungsbericht auf diesem Kanal. Ich habe auch letztens gelesen, dass wohl doch mehr Leute, wie gedacht, diese Berichte gerne hören, um ein bisschen müde zu werden oder einzuschlafen. Vollkommen in Ordnung. Deswegen versuche ich das Ganze auch relativ früh zu gestalten. Wir haben auch heute wieder einen Bericht vor uns, der anfordernd geschrieben worden ist. Und alles in Ordnung. Das will ich auch gar nicht wertend ausdrücken, sondern nur erklären, warum es dann ab und zu mal bei mir so zu kleinen Wortstolplern kommen könnte oder dass der Zusammenhang nicht ganz passt, dass ich von vorne anfange mit einem Satz. Aber ich möchte, dass es meine echte Reaktion ist, dass ich mir den Bericht das erste Mal jetzt vernünftig durchlese und ihr das Ganze sehen könnt, beziehungsweise hören. Und auch, wie ich das dann wiederum einordnen möchte. Es geht heute unter anderem um das Thema Mobbing. Hier kann ich auch einen großen, ja, eigenen Anteil an Erfahrungen mitbringen. Auch ich durfte das Ganze durchleben. Und bin einfach mal gespannt, wie das hier jetzt geschildert wird. Wir fangen aber oben an. Und damit es nicht zu einer Verwirrung kommt, die ersten drei Sätze habe ich mir nämlich durchgelesen. Hier geht es erst mal um etwas anderes. Ich habe viel zu erzählen. Zum Beispiel, dass ich fast gestorben bin. Also werde ich erst mal diese Geschichte erzählen. Wie ich fast gestorben wäre. Ich war schon im Kindergarten für Unsinn bekannt. Aber das war sehr dumm. Ich habe immer so Sachen gemacht, wie Gesichter vollstempeln, Murmeln auf dem Boden verstreuen, in Hoffnung, dass jemand wie im Cartoon hinfällt, bei der Feuerwehr, beziehungsweise beim Feuerwehrausflug, zum Koch zu verschwinden oder beim Polizeiausflug zur Waffenkammer verschwinden. Warum? Weil ich nur das sehen wollte, was mich interessiert. Doch nun, wie ich fast gestorben wäre. Ich war sehr jung und hatte so einen Baum im Kindergarten, wo dicke Früchte dran wachsen. Ich hatte damals mit meinem Kumpel da immer die Früchte gegessen, bis uns ein Pädagoge sah und meinte, ihr dürft die noch nicht essen, die sind noch nicht reif. Daraufhin sollten wir von dort verschwinden. Aber so dumm, wie wir waren, hatte ich noch eine mitgenommen. Als ich dann im Kindergartenhof zum Sandkasten gegangen bin, hatte ich diese dicke Frucht gegessen. Doch der Pädagoge sah mich und ich bekam Panik, weswegen ich die komplette Frucht runtergeschluckt hatte. Und so wie das Schicksal es wollte, blieb diese dann in meinem Hals stecken. Die Pädagogen ruften den Arzt an und ich hatte so eine Plastikschale in meiner Hand, wo ich es ausspucken sollte, wenn es hochkam. Als das Rettungsteam eintraf, um mich ins Krankenhaus zu bringen, habe ich es dann ausgekotzt. Allerdings erst, als wir bereits im Wagen waren. Ich bekam dennoch weiterhin schlecht Luft und diese Frucht in meinem Hals steckte immer noch halb fest, so, dass ich fast in Ohnmacht fiel. Moral dieser Geschichte, niemals eine dicke Frucht in einem kompletten Stück runterschlucken. Okay. Wie gesagt, es ist, äh, jetzt nicht so das Thema Mobbing gewesen. Kann man trotzdem mal drüber reden. Und ja, auch ich hatte so eine Erfahrung in meiner Kindheit schon mal. Da war ich gierig und wollte so eine, ich weiß nicht, kennt ihr diese Rittersportpackung, die in diesen länglichen Pappschiebern drin sind? Die sind ja hier so mal so groß. Vier kleine Würfelchen. Und ich hatte versucht, diese vier Würfelchen, die ja normalerweise aneinander sind, in einem runterzuschlucken. Warum auch immer. Und da wäre ich, ehrlich gesagt, auch, äh, ja, fast dran krepiert, zu gut Deutsch. Der Vorteil ist bei Schokolade, dass es dann irgendwann schmilzt und so ging es dann doch seinen Weg, da, wo es hingehen sollte, und zwar in den Magen. Okay. Ich glaube aber, jetzt kommen wir zu dem Hauptthema. Nun zur eigentlichen Geschichte. Wozu Mobbing führen kann. Und ich möchte vielleicht hier gerade, also das, was wir gerade gehört haben, war ja jetzt nicht so intensiv. Ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen für das, was gleich kommen wird. Wenn du selber Erfahrungen mit Mobbing gemacht hast, wenn du darunter gelitten hast und noch nicht abschließen konntest mit diesem ganzen Scheiß, überspring das Video besser. Einerseits, weil ich weiß, dass ich mit Sicherheit Erfahrungen von mir selber schildern werde und ich nicht weiß, inwieweit dieser Bericht jetzt gleich heftig wird oder nicht heftig wird. Gut. Ich war in der ersten bis dritten Klasse an einer Schule, die bis zur vierten Klasse machte. Wie jede andere Schule. Ich habe schon immer Filme geliebt und auch schon im Kindergarten davon erzählt und auch die Charakter gemalt. Ghostbusters zum Beispiel. Die Pädagogen waren nie davon begeistert und haben deswegen oft Gespräche mit meinen Eltern geführt und haben die Zeichnungen von mir gezeigt, die ich in den Müll geschmissen habe. Und es gab diesen einen Freund, dem ich alle meine Geheimnisse anvertraut habe. Wir haben auch mal ganz kurz unter uns das Thema Selbstmord behandelt, weil einer aus meinem Umfeld starb. Aber ich habe auch immer mehr bemerkt, dass die Pädagogen uns, besonders mich, beobachtet haben. Die haben das dann auch meinen Eltern erzählt, das mit dem Selbstmord. Und okay, es ist wahrscheinlich besser, dass ich gesagt habe, dass es nicht so einfach wird hier. Einerseits, es ist normal, dass Kinder, oder ja normal jetzt vielleicht nicht, aber es ist nichts extrem Besonderes, dass auch Kinder mal über so Themen wie Mord, Selbstmord, Sterben oder sonstiges reden, weil es nun mal halt einfach ein Thema ist in unserer Gesellschaft und auch mit dem Leben verbunden ist. Das Sterben auf jeden Fall. Meine Eltern haben auch immer, nachdem sie vom Elterngespräch wiederkam, erzählt, dass ich sowas nicht mehr malen darf und auch nicht darüber reden darf. Ich habe das dann nie wieder gemacht, bis der Student in der dritten Klasse dazu kam. Er war ganz nett und ich habe angefangen mit ihm über Filme wie Final Destination oder Freitag der 13. zu reden. Und was soll ich sagen, dieser Typ hat alles, was ich ihm erzählt habe, den Pädagogen erzählt. Sogar meine Zeichnungen, die ich gemalt habe, hat er den Pädagogen gegeben. Warum und woher er das hatte. Erstens, er hat mich gefragt, ob er die Zeichnungen haben darf, weil er die so cool fand. Zweitens, er war ein Heuchler und hatte keinen Respekt. Respekt, Entschuldigung, alte Aussprache. Ui. Der Bericht wird intensiv. Ich merke es schon. Also zumindest für mich intensiv. Ich betrachte das Ganze jetzt vielleicht aus einem etwas anderen Blickwinkel und ich kenne ja nicht die Leute zu 100% die mir die Berichte schicken. Ich weiß jetzt, von wem es geschickt worden ist unter einem Pseudonym in der Telegram-Gruppe. Alles in Ordnung. Aber ich muss sagen, wenn wir jetzt hier von der 1. bis zur 4. Klasse reden und hier Filme thematisiert werden wie Final Destination oder Freitag der 13. Das sind so Filme, die kann ich heute für mich so ganz anders einschätzen. Ich weiß, das ist Fiktion, das ist Splatter, das ist Horror, das soll gruseln. Aber bei so einer jungen Kinderseele können solche Filme auf jeden Fall negative Auswirkungen haben. zumal, wenn das Ganze dann später auch noch ausgelebt wird in Form von Zeichnungen. Die Psyche möchte das ja verarbeiten und es wird von innen nach außen getragen. In dem Falle halt eben Zeichnungen oder darüber reden. Das, was hier der Student gemacht hat, dass er die Zeichnungen weitergibt an den Lehrer, ist auf der einen Seite nicht cool. Kann ich verstehen. Und zu Punkt 2, er war ein Heuchler und hatte keinen Respekt. Da spricht ja auch eine gewisse Beleidigung oder so ein Hinterhalten heraus. Das kann ich nachvollziehen. Ich hätte jetzt, ich bin selber, ich weiß nicht, ob die Leute das wissen oder nicht wissen, ich habe selber eine pädagogische Ausbildung genossen und ich hätte es tatsächlich anders gemacht. Gut, das war jetzt ein Student. Ich weiß nicht, was der, wahrscheinlich Lehramt oder sowas, was er dafür, für Grundwissen mitbringt, aber das macht man normalerweise nicht. Also man sollte sich niemals, jetzt hier bei dem jungen Herrn, sollte man sich niemals, ja, erst so reindichten, so, ey, total cool, was du machst, um ihm danach dann die volle Preitseite zu geben. Das kann man anders machen. Auf jeden Fall. Na, ich habe mich jetzt schon wieder viel zu tief reingebabbelt. Und der letzte Elternabend an dieser Schule war die reinste Katastrophe. Meine Mutter und mein Vater waren an diesem Abend zweit da, weil es diesmal auch zwei Pädagogen gab. Sie haben meinen Eltern wieder das Übliche vorgehalten, bis dann plötzlich ein Anruf von meiner Schwester kam, weil ich ihr aus Versehen ein blaues Auge verpasst habe. Mein Vater musste sie dann von zu Hause abholen und ins Krankenhaus bringen. Sie haben, nachdem sie meiner Mutter das alles erzählt haben, mit dem Jugendamt gedroht. Und das Beste kommt jetzt erst. Mein Kumpel, mit dem ich über alles geredet habe, hat alles erzählt. Sprich, er war ein Verräter. Meine Mutter hat mich daraufhin von der Schule abgemeldet. Das geht in eine ganz andere Richtung. Ich habe der Person versprochen, den Bericht zu thematisieren. Das ist das eine. Das heißt, ich werde den auf jeden Fall auch hochladen. Das steht außerhalb jeglicher Debatte. Aber ich, ähm, ja, ich weiß nicht ganz, wie ich damit umgehen soll. Wir lesen den Bericht aus der Perspektive der betroffenen Person. Deswegen ist das auch alles so geschrieben mit den Schlagwörtern Verräter oder hat mich hintergangen. Kann ich alles verstehen. Aber das Thema ist halt auch einfach nicht einfach. Gut, wir machen einfach weiter und ich versuche mir ein weiteres Bild zu machen. Ich möchte mich jetzt auch nicht hier rüberkommen wie irgendjemand, der jetzt hier versucht, Psychologe zu spielen oder sonstiges. das möchte ich auch nicht. Dann war ich auf einer neuen Schule, allerdings nur drei oder fünf Wochen, weil da Corona kam. Doch dann war es soweit. Ich kam an eine neue Schule und zwar auf die Oberschule. Wir haben uns alle vorgestellt und ja, zuerst war alles schön und gut. Habe schnell einen Freund gefunden und dachte, es wird alles super. Doch es kam der erste Kritikpunkt. Die Klassenlehrerin war genauso wie die Pädagogen, die mit dem Jugendamt gedroht haben. Der erste Vorfall fand in einer Sportstunde statt. Ich habe einen Jungen beleidigt, weil er mich dumm angegangen ist. Er hat mir dann ins Schienbein getreten. Der Sportlehrer hat daraufhin auch nichts unternommen, was kein Wunder bei Sportlehrern ist. Mein erster Freund in der Schule hat sich dann irgendwann zum Verräter entwickelt, weswegen ich mir einen neuen Freund gesucht habe. Ich habe mit der Zeit an Selbstmord gedacht und weil ich gemobbt wurde, die ganze Zeit runtergezogen wurde und ich wurde beleidigt. Nachdem ich meinen zweiten Freund fand, habe ich mich in ein Mädchen in unserer Klasse verliebt. Ich wollte mehr Kontakt mit ihr haben und in der Klasse der Klassenclown sein. War ich leider nicht. Stattdessen war ich das Mobbingopfer. Ich wurde auch von Eltern gemobbt, weil leider hatte die Klassenlehrerin mich auch gemobbt. Irgendwann stand ich vor der halben Klasse und habe das dann irgendwas gemacht. Mein Crush meinte dann, es interessiert niemanden. Daraufhin habe ich sehr krass daran gedacht, mich umzubringen und war traurig. Ich war vor dem Fenster, um rauszuspringen, habe es allerdings dann nicht gemacht. Ich kam in die Klasse zurück und tat so, als wäre nichts gewesen. Mein zweiter Freund hat sich irgendwann auch zum Verräter entwickelt und hat auch gesagt, ich darf nicht mehr mit dir befreundet sein und will auch selber nicht mehr. Das hatte er mir über SMS geschrieben. Einige Tage war ich zu Hause und habe Pumped Up Kicks gehört und dachte darüber nach, mich umzubringen. Aber dann kam die Idee, mich nicht umzubringen, sondern die anderen und am Ende mich. Eine ganz, ganz geschlagene Seele. desto tiefer ich in den Bericht reingehe, desto eher finde ich es problematisch, das Ganze hochzuladen und das bestärkt aber auch wiederum mich darin, es doch wieder hochzuladen. Das ist schwierig. Ich meine einerseits die Art, wie es geschrieben ist. Ich gehe davon aus, dass die Person noch sehr, sehr jung ist. Die Schlagwörter Verräter, die Schlagwörter Selbstmord, Selbstmordversuch, die nicht entgegengebrachte Liebe oder Verliebtheit, die man in diesen Jahren spürt. Niemanden zu haben, mit dem man reden kann, alles. Das kann ich alles nachvollziehen. Ich fühle das alles. Ich fühle sogar das Thema, mit dem andere Leute dafür, ich sage jetzt bestrafen, in Anführungsstrichen, für das, was sie einem antun. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Ich weiß, dass es krank ist, aber es war zu schlimm und eine sehr große Belastung. Ich habe irgendwann meinen Crush gefragt, ob wir zusammen sein wollen. Sie meinte, nein, ich meinte daraufhin, alles klar, respektiere ich. Ich habe ein paar Tage danach eine Packung Zigaretten geöffnet und angefangen zu rauchen, damit ich irgendwie Stress erbauen kann. Ich bin jetzt fast ein Jahr Raucher und in diesem einem Jahr ist viel passiert. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich mit einem Messer in die Schule gehe und die Mobber absteche, aber nur, wenn ich bis zu dieser Zeit an der Schule bin. Eines Abends dachte ich so dolle an die Schüler, in Klammern Mobber, dass ich mich daraufhin ein Messer in meinen Rucksack gesteckt hatte. Wir müssen die Musik gerade mal ein bisschen leiser machen. Ich muss mich hier echt konzentrieren. Ich gehe mal davon aus, jetzt sind eh nur noch die Pro-Zuschauer hier. Da können wir die Musik auch gerade runterdrehen. Ist ja doch ein recht ernstes Thema. Okay, also eines Abends dachte er so dolle daran, dass er daraufhin ein Messer in seinen Rucksack gesteckt hat. Okay, da waren wir eben. Ich habe es am nächsten Morgen aber wieder weggelegt, doch leider wurde ich wieder an diesem Tag so runtergezogen, dass ich meinen Ärmel hochgemacht habe und meine Schere rausgeholt habe. Ich habe es nicht gemacht, da ich zu große Angst vor dem Schmerz hatte. Nachdem alle meine, alle meinen Vertrauen ausgenutzt hatten, habe ich seitdem Vertrauensprobleme. Ich war letztes Jahr im November auch auf einer anderen Schule. schauen, wie es dort ist. Es hatte mir sehr gefallen, weswegen ich dann die Schule Gott sei Dank gewechselt habe und bin nun glücklich, dort zu sein. Ich rauche immer noch, weil ich nicht davon weggekommen bin. Außerdem mache ich das als Zeitvertreib und wenn ich deprimiert bin. Wirklichen Kontakt mit jemandem aus meiner alten Klasse habe ich nicht, außer mit meinem Crush. Wir verstehen uns eigentlich relativ gut. Ich habe meinen zweiten Freund, der mich hintergangen hat, eine Nachricht geschrieben. Okay, jetzt kommt dieser Nachrichtsverlauf zur Einordnung. Es ist also wohl jetzt faktisch nicht mehr für die Person so, dass hier Selbstmordgedanken im Raum stehen, dass hier, ich spreche es jetzt einfach mal frei aus, eine Tendenz zum Amoklauf besteht. Das ist wohl jetzt alles nicht mehr so, weil die Schule gewechselt worden ist, was mich sehr freut. Dennoch möchte ich hier auch ganz klare Worte wählen. Wenn sowas in eurem Kopf ist, das ist nicht mehr ein Warnzeichen, das ist Stufe Rot. Ich weiß selber, dass die Gedanken da sein können. Ich hatte auch mal solche Gedanken. Aber es war für mich nicht so, ja, ich sage nicht so kreativ ausstudiert, dass man sich sagt, so jetzt nehme ich das Messer mit, dann mache ich dies und mache ich das, sondern das war für mich irgendwie so eine Möglichkeit, damit klar zu kommen, zu wissen, dass die ganze Klasse gegen einen ist oder dass man nichts wert ist. Man macht aus Negativität Negativität, um damit zurechtzukommen. Das macht der Kopf einfach. Aber dass es so spruchreif wird und auch schon teils fast umgesetzt wird. Der Selbstmord oder halt eben der Abbauchlauf. Der Selbstmord wurde ja auch angedeutet. Das ist ein großes Warnzeichen. Und ich würde dieser Person liebevoll empfehlen, wenn du dieses Video jetzt siehst und jetzt trotzdem alles gut sein sollte in der neuen Schule, was mich wirklich freuen würde für dich. Und es jetzt gut für dich weitergeht in deinem Leben und du Boden unter die Füße bekommst und alles läuft einfach, tut mir trotzdem den Gefallen. Und ich weiß, das habe ich aus deinem Bericht rausgelesen, du vertraust Leuten nicht wie Pädagogen, vielleicht auch keinen Psychologen, alles in Ordnung. Aber such dir trotzdem irgendwie Hilfe. Du musst das, so blöd wie sich das jetzt anhört, aber du musst es irgendwann verarbeiten, weil es ansonsten immer in deinem Kopf bleiben wird. Das ist wie ein Nagel, den einer dir hinten in den Schädel reingehauen hat. Da kommst du nicht dran, den kriegst du selber nicht rausgezogen. Ja. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen von mir zu sagen, such dir Hilfe, aber das ist nur gut gemeint. Und ich beispielsweise wäre keine Hilfe, auch wenn ich selbst eine Person bin, die betroffen ist. Und ein guter Kumpel von nebenan, mit dem kann man darüber reden. Und das ist vielleicht auch der erste richtige Schritt. Aber ich rede hier von professioneller Hilfe. Das soll nicht negativ rüberkommen. Gut, okay. Das ist ein bisschen schwierig für mich, aber ich möchte es gerne thematisieren beziehungsweise besprechen. Jetzt sind wir also bei diesem Nachrichtenverlauf. Und wie ist es in der Schule? Doof, oder? Die Nachricht kam jetzt von der Person, die auch den Bericht geschrieben hat. Er meinte, bist du behindert? Ich? Nein, du aber, weil du es, wie es mir schon dachte, nicht verstehst. Dein Intelligenzquotient ist mal wieder so stark gesunken, dass du nicht weißt, dass du darauf antworten sollst. Ach, Halsmaul, du hast so Schiss und hast die Schule gewechselt, weil du gemobbt wurdest. Ich? Halt dein Scheiß Maul, du wertloser Abfall. Du heulst jetzt rum, weil ich gewechselt habe und du nun niemanden mehr hast. Ich hätte auch bleiben können, aber glaub mir, das wäre dann wohl nicht so gut ausgegangen. Okay, also hier auch wieder mit der sehr negativen Thematik. Willst du wissen, warum ich gewechselt habe? Weil es kaum bei euch auszuhalten ist. Unsere Klassenlehrerin ist eine dumme Scheiß, die nichts auf die Reihe kriegt und du bist zu dämlich, um es zu kapieren und die Eltern hacken auf sich alle rum und mobben sogar auch. Weißt du eigentlich, wo zu Mobbing führen kann? Dass man Depressionen bekommt oder was Schlimmeres, was mir passiert ist und mir immer noch passiert. Das Bedürfnis zu leben ist weg. Ich warte nur auf den Tod. Ich hatte meinen Tod in der Schule geplant. Jetzt weißt du nichts, was du sagen sollst. Typisch. Ja, ja, typisch. Dein helllichem, deine hässliche Mutter. Okay, also hier wird mit Beleidigungen rumgeschmissen von der anderen Person. Aber das kam ja auch von der schreibenden Person. Ich lerne schreiben. Ich glaube, meinen letzten Satz hast du wohl nicht verstanden. Ich hätte mir vor Augen, euren Augen das Leben genommen. Bitte geht zum Arzt. Du bist zu behindert. Dies ist keine Behinderung, sondern eine Warnung, wohin euer Scheiß Mobbing führen kann. Zum Arzt sollte ich vielleicht gehen, aber du solltest schon eher gehen. Warum? Wenn unsere Klassenlehrerin leiden kann, ist es minder bemittelt und verdammt dämlich im Hirn. Du Opfer, halt bloß, dein Vorlaut ist vor deinem, okay. Also hier ging es noch viel weiter mit den zwei, die sich jetzt auseinandergesetzt haben. Der ehemalige Freund und die Person, die den Bericht schreibt. Das möchte ich jetzt aber nicht alles zitieren, weil das ist glaube ich, ohne großen Kontext. Ich habe ihn dann irgendwann blockiert und nachdem ich gewonnen habe, momentan habe ich die alten Zeiten, ne, wenn ich an die alten Zeiten denke, bekomme ich Gänsehaut und zittere am ganzen Körper. Alleine beim Schreiben zittere ich schon, aber egal. Moral meiner Geschichte, Mobbing ist scheiße und führt zu Depressionen, Angst, Suizid, Gedanken und Problemen, aber es wird auch irgendwann besser. Ich gehe momentan gerne zur Schule und wenn jemand anderes auch gerade eine harte Zeit durchmacht, möchte ich dieser Person sagen, dass es irgendwann wieder besser im Leben wird. Selbst ich hatte schon ein paar schlechte Tage an der neuen Schule, aber im Großen und Ganzen ist wirklich alles cool dort. Danke fürs Vorlesen, schrägstrich Lesen und danke fürs Zuhören. Ende. Ja, was soll ich dazu sagen? Das sind jetzt 23 Minuten purer Text mit ein bisschen Einordnung von mir und trotzdem habe ich noch nicht alles gesagt. Damit das Ganze jetzt nicht so rüberkommt, als wäre ich eine Person, die Ihnen jetzt einfach nur sagt, Geh zum Arzt, du bist krank. Noch ein bisschen von mir. Hier in der Geschichte hat das Mobbing ab der Grundschule angefangen, wenn ich das alles richtig verstanden habe, bei mir ebenfalls. Hat sich dann in der weiterführenden Schule für ein bis zwei Jahre ausradiert. Also ich hatte nach der Grundschule zwei Jahre Ruhe, wo die Klassen sich dann eingeordnet haben, alles war neu, alles war unbekannt, da gab es noch nicht so diese Tendenz Richtung Mobbing. Und ab der achten Klasse, nee, ab der siebten, Ende siebte, achte, neunte Klasse hat es dann wieder voll angefangen. Das ging so weit, dass während dem Unterricht Körperverletzungen durchgeführt worden sind in der Anwesenheit von Lehrkörper, dem das egal war, der da einfach nicht einschreiten konnte. Für mich ist das Thema Schule verbrannte Erde. Wahrscheinlich genauso wie für diese Person irgendwann das Ganze auch so sein wird, selbst wenn die letzten Jahre dann auch gut sind. Schule ist dann einfach negativ, wenn man sowas erlebt hat. Und ich kann, wie gesagt, das Thema mit dem selbstverletzenden Verhalten, mit dem Selbstmord, mit dem Fremdmord-Amoklauf alles verstehen, alles nachfühlen, aber nicht mehr mit meinem heutigen Kopf. Und nicht mehr mit meiner heutigen Denkweise. Ich würde sogar heute eher sagen, wenn man so etwas macht, dann haben die anderen sogar noch eher gewonnen. Selbst wenn sich das jetzt vielleicht für betroffene Personen erstmal blöd anhört. Diese Menschen sind nicht fähig dazu, einzuordnen, was sie anderen Menschen antun. Also Mobber. Oftmals sind es Menschen, die selber extreme Sachen aus, ja, ich sag mal, ausgesetzt sind. Da gibt es dann vielleicht Mobbing zu Hause. Der Vater schlägt den Sohn und der Sohn bringt diese Hassenergie mit in die Schule und lässt sie dann an dem möglichst schwächsten Kind, vermeintlich schwächsten Kind, schwächsten Kind aus. Das war damals unter anderem ich. Ich bin ziemlich gut aufgewachsen, behütet und, ja, sorgenfrei als Kind. und das haben sich dann die Mobber als, ähm, der Angriffspunkt parat gelegt, weil, ja, er ist nicht erfahren, der schlägt nicht, der wehrt sich nicht. Wenn man da oft genug draufhaut, dann kriegt man den klein. Boah, ist das intensiv. Dennoch. Ich habe mich so entwickelt, wie ich mich heute entwickelt habe. kann mit diesen Erfahrungen heute in meinem Berufsleben auch umgehen als Pädagoge. Ich habe da relativ feine Fühlerchen für, wenn beispielsweise Mobbing-Tendenzen bei mir auf der Arbeit aufkommen und kann dann auch intervenieren. Also ich bin da nicht eingefroren und weiß nicht, was ich machen soll, sondern ich gehe dann damit um beziehungsweise sehe Menschen sehr deutlich, die ähnliche Probleme haben, wie ich sie hatte. Schüchterne Persönlichkeiten. Die kann ich rausfordern. Die kann ich ein bisschen aus der Komfortzone herausholen, aber nicht so sehr, dass sie verzweifeln. Und kann sie stärken gegen eben genau diese Problematik mit diesem Mobbing-Scheiß. Das ist das Beste, was ich aus dieser Zeit rausholen kann, dass ich da jetzt so feine Fühlerchen habe und dass man die einsetzen kann. Für die Person aus diesem Bericht hier, jetzt als schlussendliches Fazit, erst mal vielen Dank für diesen Bericht. Dieser Bericht hat aufgezeigt, was Mobbing machen kann. So war auch die Überschrift. Das hat er aufgezeigt, dass es die düstersten Gedanken hervorruft, wenn ein Mensch aktiv gemobbt wird. Des Weiteren, die Kraftsprache in dem Bericht ist nachvollziehbar zu gewissen Teilen. Und deswegen lasse ich das Ganze auch so drin. Es soll noch mal verstärkt aufzeigen, wie sich eine Person fühlt, die unter diesem Ganzen leidet. Dennoch möchte ich dir raten, auch wenn es jetzt in der neuen Schule besser läuft, dir irgendwie Hilfe zu suchen. Wenn du keine Vertrauenspersonen in der neuen Schule hast oder gar nicht möchtest, dass die da irgendwas mitbekommen, die Lehrer, die Pädagogen, wie du sie gerne nennst, geh zum Hausarzt. Such dir da Hilfe. Das kannst du auch, je nachdem, wie alt du schon bist, auch ohne deine Eltern machen. Dass die da erstmal nichts von mitbekommen. Wenn das Vertrauensband zu deinen Eltern gut ist, dann rede mit denen darüber. Aber ganz vorsichtig, nicht die ganze Story auf einmal rausholen, sondern Stück für Stück. Und dann hoffe ich einfach, dass du vielleicht in der neuen Schule bald vielleicht sogar einen ganzen Freundeskreis bekommst. Ich wünsche es dir. Ich wünsche dir, dass du einen Freundeskreis hast, dass du dich dort wohlfühlst, dass du deinen Weg gehst, weil ich glaube, den wirst du gehen. Und nach dir kann ich nur sagen, so wie es bei mir heute ist, so beschissen das Ganze da sich darbietet, so scheiße diese Zeit war und so schlimme Gedanken, die du auch gefühlt hast und zum Teil auch ausgeführt hast, du wirst im Laufe deines Lebens mit Sicherheit Menschen besser einordnen können oder dich besser in andere Menschen reinfühlen können wie so manch anderer, wenn deine eigenen Wunden ausgeheilt sind. Gut. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank für diesen Bericht. Esst Haferflocken und seid nett zueinander. Vielen lieben Dank. Vielen Dank.